Hi Leute, heute geht es um Corona und die Lösung, über die keiner spricht. Und zwar wird ja viel Angst und viel Panik um den Virus gemacht und was da dahinter steckt. Da kann man jetzt viel Mut maßen. Es spielt auf jeden Fall Angst eine große Rolle, aber was letztendlich dahinter steckt, da kann man jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien nachgehen oder sonst was. Aber das bringt einem im Endeffekt ja überhaupt nicht weiter und deshalb möchte ich da heute auch gar nicht drauf eingehen, sondern ich möchte nur mal ganz kurz zu Beginn mal die Relation ins Verhältnis setzen. Und zwar, wenn du dir mal anschaust, in Deutschland gab es jetzt mittlerweile neun Todesfälle, weltweit sind es 5300 Todesfälle aktuell circa, davon eben die meisten in China, dann Italien folgend. Und wenn du dir aber jetzt mal anschaust, diese Zahlen, dann sieht man zum Beispiel auch, wo drüber recht selten geredet wird, dass zum Beispiel in China 76.000 Menschen, über 76.000 Menschen sind wieder genesen. Aktuell sind nur noch 10.000 infiziert und das wird dann häufig nicht erwähnt. Und dann, wenn man sich aber jetzt mal anschaut, wenn man sich zum Beispiel mal von 2018 den Bericht von der WHO anschaut, von der Weltgesundheitsorganisation, dann sieht man, dass zum Beispiel über drei Millionen Menschen weltweit 2018 an Alkohol gestorben sind. Und das ist natürlich schlimm, egal in welchem Fall, jeder Einzelne, der stirbt und trotzdem sollte man eben diese Verhältnisse mal anschauen. 11 Millionen zusammen Alkohol und Tabak, Verhältnis zu 5000 und die Genesungen gehen ja schon hoch jetzt weltweit und in dem einen Fall werden überhaupt keine Maßnahmen ergriffen oder sehr geringe Maßnahmen und in dem anderen Fall wird der ganze Verkehr weltweit, die Grenzen dicht gemacht und das von jetzt auf gleich. So, aber das nur mal, um so eine kleine Relation da reinzubekommen und dass du dir da keine Panik machen musst. Und ich möchte hier eben heute über die Lösung sprechen, auch die du jetzt tun kannst, weil sich da jetzt Angst zu machen, bringt im Endeffekt keinen weiter, sondern heute, wie gesagt, die Lösung. Was du jetzt tun kannst, was jetzt überhaupt möglich ist, weil was bringt es, sich mit Dingen zu befassen und sich sinnlos eine Panik zu machen? Natürlich sollte man reagieren. Gewisse Maßnahmen sind da natürlich sehr sinnvoll, aber man muss dabei nicht in Angst verfallen. Und wenn du dir zum Beispiel mal anschaust in der Natur, stell dir vor, du hast einen saftigen Samen und der wartet nur dazu, darauf aufzugehen und zu sprießen. Und wenn du diesen Samen, wenn du diesen Samen irgendwo in die Wüste kippst, in der Wüste verstreust, dann geht davon vermutlich kein einziger Samen auf. Wenn du diesen Samen aber, wie hier, auf den guten Boden wirfst, dann gehen davon vermutlich sehr viel Samen auf. Die meisten werden davon vermutlich aufgehen. Und das ist genau der Punkt. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch. Das Milieu ist alles und der Parasit ist nichts. Und beim Virus ist es eben ähnlich. Das Milieu, wie unser Immunsystem, wie stark die Abwehrkraft davon ist, ist im Grunde alles entscheidend. Wenn du ein starkes Immunsystem hast, ist es wie eine Wüste für den Coronavirus. Das heißt, wenn jetzt dieser Samen ausgestreut wird auf ein starkes Immunsystem, man sieht es ja auch an den Zahlen, es sind wirklich nur Menschen betroffen, die ein sehr schwaches Immunsystem haben. Und dementsprechend, es wird eben in den Medien kaum darüber geredet, was man da jetzt machen kann, außer jetzt Hamsterkäufe zu machen, ist das Allersinnvollste, was du in dieser Situation tun kannst. Selbst unabhängig von dieser Situation ist es das Allerbeste, was du machen kannst, um dich vor zahlreichen Krankheiten zu schützen, besonders eben auch vor Infektionskrankheiten, dein Immunsystem zu stärken. So, und wie kannst du dein Immunsystem stärken? Da gibt es zahlreiche Studien auch wieder zu. Wenn du dir zum Beispiel anschaust, erster Punkt ist zum Beispiel das Fasten. Intermittierende Fasten, 18-6, also 18 Stunden nichts essen, 6 Stunden Zeitfenster. In dem Rahmen zum Beispiel was zu essen, gibt es zahlreiche Studien, wie die Immunabwehr dadurch hochgeht. Das ist der erste Punkt. Dann kannst du raus an die frische Luft, dich bewegen. Du musst ja nicht in der Gruppe rausgehen, du kannst ganz gemütlich. Alleine raus, Wald baden, positiver Effekt ist auch weithin belegt. Und dein Immunsystem dementsprechend stärken. Gesunde Ernährung, vitales, frisches Essen, vitale Kost. Keine Chips, kein Alkohol, kein Nikotin, keine Drogen. Und diese Geschichten möglichst reduzieren, um deine Immunabwehr, dein Immunsystem zu stärken. Bewegung, um das Lymphsystem in Gang zu bringen, dass die Ausleitung richtig geschehen kann, dass die Toxine ausgeschieden werden können. Und als absolut wichtiger Punkt noch ergänzend natürlich, deine innere Einstellung, der Stress, den du dir selber machst. Dabei gerät auch dein Körper unter eine innere Anspannung. Das heißt, wenn du dir irgendwelche Panik machst, wie jetzt zum Beispiel auch mit dem Virus. Das heißt nicht, dass du keine Maßnahmen ergreifen sollst. Das darf man nicht verwechseln. Sondern, dass du einfach dir keine Panik dabei machen musst. Dass du nicht in Angst verfallen musst, sondern du machst einfach das, was nötig ist, was du machen kannst. Die Maßnahmen setzt du um. Und dann ist dein Körper einer viel besseren Entspannung. Wenn dein Körper nämlich unter Stress ist, dann bist du in einer inneren Anspannung. Dein Immunsystem funktioniert genauso wenig. Es funktioniert immer schlechter. Der Körper sendet die ganze Zeit Hormone, Stresshormone aus. Und dementsprechend gilt es auch das zu reduzieren. Dazu kannst du Atemübungen, Körperübungen, sonst was machen. Ganz einfache, simple Sachen, die du täglich anwendest, die dich keine Zeit kosten. Die dich noch mehr in die Entspannung bringen. Und wodurch dein Immunsystem letztendlich noch mehr gestärkt wird. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Das ist das, was du machen kannst. Das Immunsystem stärken. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Wenn du möchtest, wie man das noch auf ein ganz anderes Level bringen kann. Dann kannst du dich auch sehr gerne mal bei mir melden. Und ansonsten freue ich mich über deinen Kommentar unter dem Video. Was du machst, um dein Immunsystem zu stärken. Und dann freue ich mich, von dir zu lesen. Und wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag. Geh an die frische Luft. Noch ein bisschen Wald baden. Stärke dein Immunsystem. Und bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020